Hey you guys, willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Ich bin Saul. Mein Name ist der Rockstar. Und wir sind auf feindlichem Terrain, wenn man so möchte. Wir sind auf geheimen Missionen unterwegs und versuchen die Terroristen, genau, die Terroristen in ihrem eigenen Land auszuschalten. Warum? Weil... Wenn wir es können. Ach, da ist das Hotel. Ah, okay. Die Kathedrale. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Sie waren hier. Ah, wir kommen direkt voraus wieder. Ah, ich bin aus der Okay, hier ist definitiv irgendwas gelaufen So ein geworfene Tisch und so ein Blödsinn Das kann nichts Gutes gewesen sein Well done, Sherlock Jetzt, geh da rein, du Sau Okay, dann halt doch ein bisschen anders Mach ich dem dann Ah, geht doch Fernsehtürmchen, boah, was das da war Es könnte ja so leicht sein, aber nee, dann doch nicht So war das scheiß Ding Ich werd garantiert noch einmal gekascht, minimum Ich kenn mich doch Ja, da geht's nicht weiter Das sieht mir alles ganz safe aus Ich hoffe mal, ich liege richtig Okay, nicht in Sichtnähe von Aiden Das hört sich irgendwie verkehrt an, was ich da gerade höre Die muss doch irgendwo sein Ist doch jetzt schon so nah, dass es nicht mehr schön ist Riskieren was, wir spielen mal runter hier Ich will dir nur helfen Na toll Ich will dir nicht helfen, wenn ich ihr nicht helfe Komm schon Aber es weiß genau, was ich nicht helfe, weil ich nicht helfe, weil ich nicht helfe, warum nicht helfe, warum nicht helfe, weil ich es nicht helfe, weil ich wider was. Ich hoffe, ich verstehe, was du sagst um immer noch mal » Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jodi. Jodi. Jodi? Ja, ja, Jodi. Jodi. Jodi, Jodi. Oh, shit. Ich glaube, wir kriegen das Hecht. Aber sowas von. Er ist ausgeschaltet. Alles andere scheint zu weit weg zu sein. Oder? Wo ist der letzte, der Buben? Ach, da hinten auf dem Wagen. Okay. Okay, dann nicht. Hä? Ich konnte doch gerade eine Knarre ziehen. Also doch näher ran. Ja, da geht's nicht hin. Das kannst du vergessen. Ich habe mir, glaube ich, gerade selbst die Deckung weggeballert. Kann das sein? Übernehmen den auch anschneiden, er schießt den auf dem Wagen mit Energie und das was. Geht ja nicht, weil ist nicht nah genug dran. Ich krieg's den ja nicht angesiedelt, oder? Da siehst du jetzt. Zu weit weg. Deswegen, ich müsste ein bisschen näher ran. Damit das klappt. Was haben wir denn noch für Optionen hier? Ah, den da, den haben wir auch noch. Vielleicht konnte ich deswegen die Deckung nicht nutzen. Das kann natürlich sein. Hat sich auch gut versteckt, der Entenegel. Ah, jetzt gucken wir mal. Ah, siehste wohl. Mal gucken, ob das schon ausreicht. Ja. Ja, doch. Hört sich nah an dem Plan an. Ach, ich bin doch immer so gut in sowas. Ach, scheiße. Jetzt hab ich aber zu ihm hingedrückt. Ach. Ich hab's verkackt. Oder? Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkacken. Ich hab's betracht. Ich hab's verkackt. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder, Salim? Die Sonne geht auf. Das ist schlecht. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Turm. Der Turm ist da drüben. Der Turm ist da drüben. Der Turm ist da drüben. Da muss ich jetzt hin. Der Turm ist da drüben. 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 Was haben wir zu verlieren? Kinderschauen. Ja klar, mit Panzern. Wo haben die uns da reingeschickt? Reins Himmelfahrtskommando. Da war der Turm ist da drüben. Der Turm ist da drüben. Aber er hat uns da drüben. gehabt, der da vorne, ne? Oh, er kennt die ganzen Schleichwege in der Stadt. Ja, jetzt Salim, was ist los? Ah, okay. Ich habe keine Chance. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell, hilf mir! Die werden sich jetzt auch denken, ich habe die doch getroffen, Mensch. Okay, kletter hoch. Salim! Oh, Gott. Ja, klar, jetzt war der Helikopter. Mein Gott, was ist denn da alles im Einsatz? Junge, du bist mitten im Kriegsgebiet. Aber ich dachte, das sind hier so, 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 Terroristen und so. Die sind aber verdammt gut ausgestattet. Die müssen ja die Armee ausgeraubt haben, offensichtlich. Wie auch immer. Hö! Okay. Denken sie so, was hat er denn für Probleme? Total stumpf, wie er das da gerade macht, aber okay. Naja, mit Autofahren hat ein Jahr Erfahrung, von daher läuft. Ah, wahrscheinlich hinten drauf, denke ich mal, ne? Ganz ruhig, Al. Vielleicht kommen wir unbematt hier durch. Ich glaube ja fast nicht. Das wäre zu gut, um wahr zu sein. Also bis auf den Blickwinkel ist hier nichts, ne? Okay. Oh, Gott. Das war so klar. Vollgas. Jodie regelt das schon, keine Sorge. Oder auch nicht. Ach, weck mich doch. Fung, fuu, Jodie. Ach, der Neste. Woo. Uh. 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 Oh Gott, Jodie. Statt zu bremsen, oh Gott. Wir sind sicher. Alles okay, Salim. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Ich bin ein Kind, ich bin ein Kind, ich bin ein Kind, ich bin ein Kind. Ja, aber wo Jodie gerade Zeit erwähnt, denn es ist schon wieder soweit. Denn wir sagen an dieser Stelle, see you guys. Und schaltet wieder an, wenn es weitergeht mit Beyond Two Souls. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter. Und für alles andere sind die Kommentare below.